Hochfein, der Hannoveraner Prämienhengst des Jahres 2004, der Sohn des His Haines aus der feinen Fee von Feinerstern, Leibwächter, der Löwe. Nicht ohne Grund wurde der feierliche Abschluss der Hengstpräsentation 2018 durch diesen Bewegungshengst inszeniert. Hochfein, dieser Hengst ist bereits in der schweren Klasse bis Intermediär 1 platziert. In jungen Jahren sahen wir ihn bereits im Finale des Reitpferdeschampionates zu Pferden. Hoch erfolgreich in seinem 30- und 70-Tage-Test. Im Haupt- und Landgestüt Marbach hat er sich vor allen Dingen als Serienlieferant von hochbezahlten Auktionspferden einen Namen gemacht. Er kommt aus einem renommierten Stamm, aus dem berühmten Stamm der Eckern Förde, aus dem unter anderem auch Argentan 1 und 2, Lancet unter Emma Hindl international erfolgreich, Destano, Don Frederik und viele, viele sporterfolgreiche Pferde hervorgegangen sind. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018